Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute bin ich hier wieder mit meinem Bruder und heute haben wir uns ein kleines, ja eigentlich ein kleines Spiel überlegt, nämlich wer stellt die coolere Sammlung zusammen. Wir haben hier ein paar Kategorien ausgesucht. Wir stellen hier erstens vor eine coole Taucheruhr, wir stellen vor eine coole Dressuhr, einen coolen Chrono, eine coole GMT und zu guter Letzt unsere Grail Watch, die die gesamte Sammlung so ein bisschen abrunden soll. Aber bevor wir mit dem Video starten, geht es mal los mit dem heutigen Sponsor und das ist nämlich Watch Crunch. Kennt ihr das nicht auch? Ihr öffnet Social Media, scrollt ein bisschen durch und seht Rolex, Blingi, Feuer, Wristshots mit irgendwelchen Diamanten-Emojis und keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht so cool und mich nervt es, denn das ist kein Uhren-Enthusiasmus, sondern das ist einfach nur Angeberei. Aber für uns Uhren-Enthusiasten gibt es eine neue Plattform und der ist Watch Crunch. Für alle, die es nicht kennen, Watch Crunch ist eine neue Social-Media-Plattform von Uhren-Enthusiasten für Uhren-Enthusiasten, wo ihr euch komplett kostenlos anmelden könnt. Viele Influencer sind auf der Plattform. Aktuell ist sie noch auf Englisch. Das heißt, auch mein Content wird auf Englisch sein. Aber ihr seht da sehr viele englischsprachige Uhren-Enthusiasten, YouTuber, Influencer, aber auch Presse als auch bestimmte Marken. Watch Crunch ist die Plattform, wo ihr als Uhren-Enthusiast euch praktisch wie zu Hause fühlt. Schaut gerne vorbei. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch mein Thema, was ich auf Watch Crunch geöffnet habe, seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Okay und wir legen los mit der Runde 1, nämlich welche Taucheruhr würdest du in einer perfekten Sammlung inkludieren? Also wir müssen noch kurz dazu sagen, dass Budget keine Rolle spielt. Das heißt, also Budget spielt keine Rolle. Wir können ausgeben, was wir wollen. Und da würde ich jetzt als Taucheruhr eine Panne reinnehmen, weil sie sehr ikonisch ist. Ich würde allerdings die Submersible in 42 mm nehmen, weil sie ein ikonisches Design hat in einer tragbaren Größe ist, glaube ich, vor einigen Jahren neu rausgekommen, soweit ich weiß, in der 42 mm Variante. Und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert, ist wasserdicht natürlich und eigentlich eine sehr coole Sommeruhr, mit der man alles machen kann. Ja gut, ich meine, die Submersible, meins ist es jetzt nicht so ganz. Ich finde halt Panerai irgendwie so ein bisschen, ich finde es ein bisschen ausgelutscht. Ich finde, ich meine, die Submersible ist immer noch die coolste Variante, aber weiß nicht. Ich meine, die 42er, die sagen, es hätte ein Manufakturwerk, aber eigentlich ist es ein Richemont-Werk und ich finde sie ein bisschen teuer für das, was sie ist. Aber meine Taucheruhe, die ich ausgesucht habe, ich meine, ihr habt das Review zu der Uhr wahrscheinlich schon gesehen, wäre die Blompa Fifty Fathoms Bathyskev in Keramik als Chronograph. Die Uhr habe ich hier in meiner Sammlung, es ist einer meiner Lieblingsuhren, weil ich finde, dass es einfach so eine underrated Uhr ist, weil du sie nirgendwo siehst. Keiner hat sie, aber sie hat ein richtig cooles Werk. Sie hat ein Flyback, sie hat ein Highbeat-Werk, sie hat ein Datum, drehbare Lünette, 300 Meter Wasserdichtigkeit, absolut geiles Werk. Und es ist eigentlich das Werk, das auch AP verwendet in ihren Royal Oak Chronos. Also das Basiswerk ist von FPG. AP hat es dann übernommen und Blompa hat es auch übernommen, aber komplett neu entwickelt, zum Highbeat gemacht, skeletiert. Also das ist eine richtig coole Uhr. Ja, coole Wahl, muss ich sagen. Jetzt haben wir einmal Blompa, wir haben einmal Panerai. Was nimmst du als Dressuhr? Also ich bin jetzt nicht so der Dresswatch-Typ, aber wenn ich eine aussuchen müsste, die man auch nicht so jeden Tag sieht, würde ich eine Vacheron Constantin nehmen, die Vollkalender Open Face in Weißgold. Also der hat ein skelettiertes Ziffernblatt, hat eben einen vollwertigen Kalender drinnen. Ist von einer der, ja sag ich mal drei, wie nennst du das? Holy Grail. Holy Grail Watches oder Holy Grail Marken? Holy Trinity. Trinity, ja. Okay. Ist eine richtig coole Marke, die man auch jetzt, sag ich mal, oder die jetzt immer mehr am Kommen ist, die man nicht jeden Tag sieht. Und ist jetzt nicht so die typische Calatrava oder weiß ich nicht, eigentlich Patek Philipp ist so die, die eher, sag ich mal, bisschen langweiligeren Dresswatches macht. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich mein, Vacheron ist schon ein Brett, sag ich ja mal, weil ich mein, das ist die so ziemlich coolste Dressuhr, die du eigentlich haben kannst, wenn es wirklich um High Horology geht sozusagen. Aber die Uhr, die ich jetzt ausgesucht habe, würde ich sagen, ist die coolste Uhr für die Preis-Leistung. Vor allem, wenn du jetzt auf einem Event bist, wo Leute mit solchen Uhren aufkreuzen und du hast die Dressuhr, die ich gewählt habe, dann bist du trotzdem hoch respektiert. Und ich würde sagen, ich würde eine ganz normale Cartier Tank nehmen, in Gold. Ganz klassisch Zweizeiger, Handaufzugswerk. Ich finde, du kannst nicht wirklich cooler sein als mit einer Cartier Tank. 100 Jahre altes Design, wird von jedem respektiert, selbst wenn der gegenüber eine 300.000 Euro per Tag hat und du hast eine Tank, ist das immer noch genauso cool. Wird mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, aber ich denke, ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Fan von der Tank. Oder was sagst du zur Tank? Finde ich absolut cool. Man muss sie tragen können. Ich glaube, man muss der Typ für eine Tank sein. Ich glaube, entweder man ist der Typ oder man ist es nicht. Aber ich glaube, sie wird von jedem respektiert. Das stimmt schon. Ja, das stimmt. Okay, und jetzt ist aber eine coole Kategorie. Nämlich die nächste Kategorie ist der Chrono. Was würdest du sagen als Chronograph, was würdest du nehmen in einer perfekten Sammlung? Ich würde erstmal Daytona sagen, weil sie einfach, ja, sie passt immer, perfekte Größe, richtig gut tragbar, sage ich mal, robust. Mit der kann man auch tauchen gehen. Aber ich würde jetzt nicht eine ganz klassische Daytona nehmen, sondern eine meiner Daytona Grails und zwar die mit dem, also in Weißgold mit Oisterflex-Band und Meteorit-Ziffernblatt und Keramik-Lünette. Damit man es ein bisschen spannender gestaltet. Ja, okay, das ist die so ziemlich coolste Daytona, finde ich, zusammen mit der Platona. Obwohl die in Weißgold noch ein bisschen cooler ist als die Platona, weil sie halt keine Farben hat und mit dem Meteorit und dem Oisterflex ist halt schon ziemlich cool. Ich hätte jetzt gesagt Chronograph, da gehe ich jetzt ein bisschen over the top. Patek hat dieses Jahr eine Uhr vorgestellt, nämlich den, ich weiß die Referenz nicht auswendig, das ist in Platin, Left Hand, ewiger Kalender, Split Second Chrono. Ich finde, das ist der mit Abstand coolste Chrono, den man haben kann, vielleicht zusammen mit der Datograph von Lange. Ja, Patek, ewiger Kalender, Split Second, Left Hand, viel cooler wird es nicht als das eigentlich. Ist das die mit dem roten Sekundenzeiger? Ja, mit den zwei roten Sekundenzeigern. Die Uhr kostet irgendwie, ich glaube, 300.000 Euro oder irgendwie sowas, das ist absurd, aber ich denke, das wäre so eine der verrücktesten Uhren, die du eigentlich so haben kannst. Und als vorletzte Kategorie geht es weiter mit eigentlich meiner Lieblingskomplikation, nämlich der GMT-Uhr. Ich finde, das ist eine der alltagstauglichsten Komplikationen. Was würdest du da nehmen bei GMT? Ich würde bei GMT, sage ich mal, Grail und GMT verbinden und da würde ich zu meiner Lieblingsmarke greifen, die aber wahrscheinlich praktisch unmöglich zu bekommen ist. Das wäre die Royal Oak Concept mit dem Flying Tourbillon und mit der GMT-Funktion. Ja, absolut coole Uhr, riesig, ist wahrscheinlich auch nicht sehr gut tragbar. Keramiklünette, Flying Tourbillon, GMT-Funktion und ich weiß nicht, ich finde immer noch, dass diese Uhr irgendwie nicht so viel Respekt bekommt, wie sie verdienen würde, wenn man jetzt den Hype mit Richard Mill Uhren vergleichen würde. Da würde ich jetzt als Marke AP doch vorziehen. Ja, AP ist schon cooler als Richard Mill, aber ich weiß nicht, die Concept Tourbillon ist halt, finde ich, so eine Rapper Uhr. Ich meine, der Kevin Hart hat so ziemlich jede Konzept, die es gibt. Ich finde es okay, aber ich finde es halt schon ein bisschen fett und ich frage mich, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen, es war jetzt lange Zeit, dünne Uhr mit Kautschuk in und dünne Uhr mit Stahlsport war jetzt immer in und ich frage mich, ob das jetzt so eine Art Trotzreaktion ist zu dem, dass man jetzt sagt, man nimmt jetzt irgendwas Fettes und das ist jetzt wieder in Mode, aber ich habe das Gefühl, so eine Offshore ist jetzt nicht unbedingt die zeitloseste Uhr auf der Welt. Nicht sehr klassisch, ja. Vor allem für den Preis. Ja. Bei GMT hätte ich jetzt gewählt die Patek Aquanaut, Aquanaut Travel Time. Ist, glaube ich, eine der coolsten GMT-Uhren aktuell. Auch einer meiner Favorites, muss ich sagen, weil sie einfach so zeitlos ist, sie ist so flach, du kannst sie immer tragen und das hätte ich jetzt als GMT genommen. Und abrunden würde mir die ganze Kollektion mit einer Grail Watch. Du hast ja schon gesagt, bei dir wäre das die Grail Watch, die Concept Flying Tourbillon. Wenn das Ding kaputt geht, weißt du eh, was das dann kostet. Dann Servicekosten und Tourbillon und weiß ich nicht. Aber wir leben hier gerade in einer Fantasiewelt. Da gibt es keinen Service oder keine Servicegebühren. Wir haben auch kein Budget. Deswegen habe ich mich für die Sohe entschieden. Ich sage dir, AP wird dir sogar in einer Fantasiewelt noch eine Rechnung schreiben für irgendwas. AP. Aber meine Grail Watch wäre eine, die nicht nur, weil sie teuer ist, sondern auch, weil sie praktisch unmöglich zu kriegen ist. Nicht mal, wenn du berühmt bist. Nämlich das wäre eine Patek Aquanaut Travel Time in Rosé Gold, aber Tiffany Stamped. Ich weiß nicht, was es ist. Ich finde dieses Tiffany Stamped macht eine Uhr, ich weiß, du bist überhaupt nicht der Fan davon. Ich finde, es macht eine Uhr so viel cooler, weil du weißt, du kannst es nur an einem Ort kaufen und das ist die Tiffany Boutique in der Fifth Avenue in New York in Manhattan. Und ich war dort. Die haben nur Manschettenknöpfe zu verkaufen. Ich frage mich, wie die überleben. Aber du kannst diese Uhr nur dort kaufen und du weißt, die Person, die diese Uhr hat, muss ein unfassbar guter Kunde sein, muss unfassbar gute Connections haben. Und dann hast du noch das coolste Modell von Patek in Vollgold in Travel Time mit Tiffany Stamped. Und dann würde ich es halt auf einem grünen Band tragen oder so was, so Ding Style, John Mayer Style. Aber das wäre so eigentlich meine Grail Uhr und ich wohl wissend, dass ich sie so schnell nicht haben können werde. Aber was wäre der Preisunterschied von der gleichen Uhr ohne Tiffany Stamped? Meinst du jetzt auf dem Graumarkt? Ja. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also auf dem Graumarkt, aktuell sinkt ja gerade alles, aber ich schätze, dass jetzt eine Travel Time in Rosé Gold wird wahrscheinlich so bei um die 100 liegen, 120, ich weiß es nicht. Und in Tiffany wahrscheinlich bei 200 oder so. Also 100.000 extra für einen Stempel. Für einen Stempel, zwei Wörter und ein Unzeichen dazwischen. Aber ja okay, ich würde es jetzt nicht zahlen, aber wenn ich jetzt zum Listenpreis kriege und ich wäre bereit, vielleicht so 50% über Liste zu zahlen, dass ich dieses Tiffany habe, weil ich finde es halt einfach so cool. Aber Leute, das war jetzt eigentlich so unsere Fantasiekollektion. Ich blende euch jetzt hier mal so links und rechts diese Kollektionen auf und was die Uhr ungefähr oder die Kollektion ungefähr wert wäre. Wird uns mega interessieren, was ihr aussuchen würdet bei diesen Kategorien. Das fände ich mal richtig spannend, weil es ist ja nicht immer nur die teuerste Uhr, die coole Uhr. Weil eben wie gesagt, die Cartier Tank ist jetzt nicht das teuerste, was geht, aber ich finde es ist mitunter das coolste, was geht. Aber ja, lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr aussuchen würdet für diese Kategorien. Schaut gerne vorbei unten in der Videobeschreibung. Ich habe ein Thema bei Watch Crunch gestartet zu genau diesem Thema. Schaut da gerne vorbei. Und ja, wenn ihr ähnliche Videos wie diese sehen wollt, liked gerne das Video und abonniert gerne den Kanal. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.